Kann ich von der Rente mit Abschlag dann später in die Rente ohne Abschlag wechseln? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Früher in Rente gehen mit 63 kann bedeuten, dass Sie einen Abschlag bekommen. Je nachdem, wann Sie geboren sind und wann Ihre Regelaltersgrenze, das Lebensalter Regelaltersgrenze erreicht ist. Danach berechnet sich dann die Höhe des Abschlags. Oder im juristischen, deutsch gesprochen, der verkürzte Zugangsfaktor. Wenn ich also zum 1. Januar 2023 eine Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit erstmals bekommen kann oder in Anspruch nehmen kann, dann bekomme ich für diese Rente einen Abschlag. Und jetzt kann es sein, dass Sie ja schon zu diesem Zeitpunkt die 45 Jahre Wartezeit auch voll haben, nur nicht das Lebensalter für eine abschlagsfreie Rente. Und da denken viele Leute oder viele Versicherte, naja, gar kein Problem, dann gehe ich halt eben erst mal mit Abschlag in Rente und dann 15 Monate später ohne Abschlag, weil ich ja dann das Lebensalter für die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig versicherte oder meinetwegen die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen erreicht habe. Meine Damen und Herren, das geht nicht. Wenn Sie einmal eine Altersrente mit Abschlag in Anspruch genommen haben und der Rentenbescheid bestandskräftig ist, können Sie nicht mehr in eine andere abschlagsfreie, günstigere Rente wechseln. Das ist gesetzlich nicht möglich. Und zwar steht das in § 34 Absatz 4 SGB VI in der Fassung bis zum 31.12.2022 geschrieben. Ab dem 1. Januar 2023 gibt es dann einen neuen § 34 Absatz 2. Da steht dann genau derselbe Wortlaut drin, dass der Wechsel von der einen Altersrente in die andere Altersrente nicht möglich ist. Ähnliche Konstellationen haben wir auch. Da fragen viele Leute an, kann ich von meiner Rente mit Abschlag dann bei Erreichen der Regelaltersgrenze in eine Regelaltersrente wechseln? Auch das ist nicht möglich. Merken Sie sich bitte, wenn Sie einmal eine bestandskräftige Rente, eine Altersrente bezogen haben, können Sie nicht später dann in eine günstigere Altersrente wechseln. Das ist gesetzlich ausgeschlossen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.